ganze Welt für mein Volk Alter das ist ja was ich gerade suche ich dann gerade einfach nur ich hab ja auch erst mal so rum so der Heimel suchen vorsichtig nur untergefallen mit einem Spitz gar nicht weil ich nicht die Räste und über die Weisungsteuern wenn du wüsstest was gerade gemacht hat wenn das gesehen hätte es nicht einfach dafür umgebracht runtergefallen und im Spinn nichts gelangt einfach voll Risiko rumgejumpft ich bin doch die ganze Zeit instant letter halbes herz ich habe es schaffe gar habe ich auch schon nach kisten benutzen so nein aber die sind voll nett die sind nur missverschritten nein ich war gerade bei der Kiste und habe mich runtergefallen ohhhh wo war die jetzt? ich lebe noch ich lebe noch ganz unten ich bin durch in Wasser gefallen habe ich keinen Schaden bekommen ach hier ist ein Diamantblock tja dann popp mich zu dir nein ich bin da nicht direkt bei dem boah shit ich jump hier gerade so voll Risiko rum mit der Hacke und drei Diamanten ich regeneriere mich jetzt erst mal aber was komisch ist hier unten leckt es mich pfff und scheiße ich bin warte mal noch vier Blöcke dann bin ich schon im nichts ich bin auf Höhe 18 scheiße alter das Wasser hier ist oh ah Diamantblock soll ich irgendwie Holz abfahren dann hier so einen kleinen Plattform dann dich poorten dann kannst du Diamant abbauen dann springe ich vor dann spawne ich wieder dann teleporte ich dich zu mir da haben wir einen Diamant mehr verstehe ich nicht erklär nochmal ich baue hier zum Beispiel Holz ab damit ich was zum Bauen habe dann baue ich hier so eine Plattform wo der Diamant ist dann kannst du den abfahren dann geh sterben spawne dann kommst du zu mir mhm oh ne Küste ich hoffe Magma Slyme ich hoffe Spinne hin zu den Stein oh Magma Slyme push ich hasse die Dinge wir sind auch nur missverstanden nicht doch alle denken die sind netter bei diesen fisch oh ich hab einen Diamant in der Kiste Eisenhelm äh Lava Eimer Setzling 56 Erde er schafft Zombie-Schwein er schafft Tintenfisch ich mein Tittenfisch Tittenfisch ich hab ne Frage wo ist der Diamant-Blocke ach da ich bin schon vorbeiget äh 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 Scheiße Scheiße Oh da hast ne Kiste sollst du es gehen? Hier ist auch ne Kiste Spinnnetze die Regen so auf ne Oh nein guck hahaha ich bin im Spinnnetz aber direkt unter mir ist schon das Ende der Welt also ich hab keine Chance mehr hau rein ah Ah, ich war schön mit dir, hau rein. Ah, ich wollt, mein Scheiß. Wo ist jetzt die Kiste hin? Jetzt hab ich dir aus den Ohren verloren. Ich hab die Kiste gerade noch gehört. Das ist bitter. Hier ist so ein Dorfbewohner-Spawner und die spawnen direkt in der Luft. Und fallen direkt runter zwei auf einmal. Oh, bitter. Dorfbewohner, das war irgendwie geil. Dann schammt ihr so, oh, endlich, endlich bin ich geboren. Dann schammt er und da. Endlich bin ich tot. Du, wo ist die Kiste jetzt? Kiste mich nicht an, Mann. Kiste mich nicht an. Oh, shit. Äh, drei auf einmal fallen wieder auf. Ach, das ist so. Irgendwas hab ich an den Einstellungen verstellt. Marma. Bei Diamanten, Bro. Nice. Da, die Kiste. Ich weiß nicht, was das jetzt war, aber ich hab's einfach umgestellt, Leute. Kein Name, was das gemacht hat. In der Fall läuft es jetzt besser. Pop mich mal bitte, ich hab nicht mehr so viel, HP. Aber warte, ich muss eben bisschen rumhüpfen. Und hier ist eine Spinne in der Nähe und die kommt, die jump, die guckt mich an. Ah, ne, die guckt mich nur an. Ja, ja, guck mich euch an, du hässige Spinne, Alter. Und untermessen Spinnenspawner. Okay, pass auf. Du brauchst noch ne Kiste, ich hab keinen Platz mehr. Was hab ich denn hier verstellt? Was hab ich denn hier verstellt? Also, hast du irgendwie noch Holz für Kisten so? Nö, ich hab keinen Holz. Nö, ich hab keinen Platz mehr. Muss ablegen. Gib mir, ich bleib eben eh hier. Dann hol du so lang Holz. Nö, ich hol Diamanten. Erden, nee, mal Mittag, kann ich mich irgendwie hinbauen irgendwo. Ja, wenn man auch noch mehr Erde in der Kiste. 53. Habt ihr gar nicht. Wir gar nicht. Aber ich muss auch was zu essen. Melanne. Schösser wissen wir versterben. Kommt nicht mal hin. Im Pen. Eben Pennen. Im Pennen. Hier, jetzt wieder. Also, ich find die Plattform sei schon ziemlich groß für den Anfang. Dass wir erst bei Part 8 oder so sind. Zombie-Pigman. Pfff. 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 T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T. Mal ausprobieren, ob es geht. Du kannst auch reden, ne? Also. ich weiß nicht muss gern wird gehen weil ich muss jetzt haben Läubert ist das ein Bug hier so eine Fläche ohne irgendwelche Steine einmal das ist das Wurzeln abgebaut ja entweder Schankloch oder er hat Schankloch das ja man eine nein dann brauchen wir erstmal wieder Eisen oh shit haben wir Gobblestone? ja hier ist ein Steinspitzacke hier wo da Dankeschön die Klinik wir brauchen irgendwie mehr Holz ich probiere jetzt mal was so so ja es funktioniert nice wir möchten zumindest ein bisschen mehr Holz, Bro so mhm so fuck, fuck, fuck nein nein wie hast du gesagt, das ist, nein wo sind die Sticks denn? ah, hier hat schon an fuck, 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 nein ist das jetzt Dschungelholz? ne, oder? was, was, what, fuck oh, ein Dach, cool was für Dach ja, hier Baum halber Baum schwebender Baum guck mal, was wir hier haben an der Ecke ich so, ich jump hier rum um Eis zu suchen guck mal was hier an der Ecke ist okay, wir haben genug Holz für eine neue Kiste jetzt das ist aber ein Dreifling so oder und zwei Diamanten mit die Spot muss bemerken so Leute, es gibt auch ein bisschen rumhüpfeln aber eben was gucken ich bin hier oh shit, ich bin gegen den Baum geprallt Aua jetzt zupfen wir hier rum schalala la 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 da, 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 da oh, häng blieb shit nigga ich hab ja Mann gefunden, Bro, ich weiß auch wo wenn du da heiligen kommst mit Eisenspitzen ja ich kann alles oh, ich bin tot ich kann alles, oh, ich bin tot ich kann alles, oh, ich bin tot ja, wieviel Eisen haben wir denn jetzt? jetzt sind wir kein, ne? ein oder hol ich eben ich ich don't know was wir so alles haben und was nicht ich muss mich aber gleich porten, ne? ja, ja ich muss gerade selber was machen so und so shit boah, wieso leckt das denn auf einmal? was habe ich hier umgestellt? hm so und mal sagst du, ich hab gebläht nö das war meine Mutter da Mann, wieso leckt das denn so? so kann man die Kiste nicht holen, wenn ich immer irgendwie runterfalle nein komm rein ich schaff echt, dass ich nochmal zwei Eisen zu bekommen, ey, das ist einfach unglaublich unglaublich unglaublich